Ab sofort können die Wettbewerbsbeiträge für die fünften Arlesheimer Kurzfilmtage vom Januar 2021 eingereicht werden. Das Thema der Beiträge heisst Klima. Die Bierstadt TV hat mit den Verantwortlichen aus der Kulturkommission Arlesheim geredet. Wir dürfen ein Jubiläum feiern, fünfmal Kurzfilmtage finden im Januar 2021 statt. Vor rund zehn Jahren haben wir das angefangen. Vieles hat sich bewährt. Neues wird dieses Jahr dazu kommen und wir hoffen natürlich auf ganz viele tolle Filmeinsendungen. Das Thema heisst diesmal Klima. Wir haben extra für die Filmtage jeweils ein Thema auswählen wollen, was relativ breit gefasst ist, was viele Assoziationen ermöglicht, was also viele auch anspricht. Und beim Thema Klima denken wir nicht nur an das Klima weltweit, also spätestens seit Greta ist das natürlich in aller Munde. Aber es gibt natürlich auch das Klima unter Menschen, Menschenbegegnungen im Alltag, im Betrieb, in den Familien. Also es ist ein Thema, was wirklich viele Assoziationen ermöglicht und deshalb haben wir uns dafür entschieden und wir hoffen auf ganz viele spannende Beiträge, die das breite Thema wirklich abdecken. Die fünfte Allesheim Kurzfilmtage werden wieder von der Kulturkommission Allesheim organisiert, mit der Unterstützung natürlich von der Gemeinde Allesheim. Ganz toll ist auch, dass zum fünften Mal das Wochenblatt als Medienpartner und Sponsor vom Wochenblatt Publikumspreis dabei ist. Der Kanton Basel-Land unterstützt uns weiterhin und private Sponsoren. Neu wird die Veranstaltung wieder komplett in der Trotter Allesheim stattfinden und die Preisverleihung wird neu am Samstag oben, am Viertel ab 8 Uhr sein, eine richtig grosse Kiste. In der Jury werden wieder drei Personen sein, die einen Bezug haben zum Film, die selber Filmschaffende sind und die Filme nach ganz verschiedenen Kriterien beurteilen, sei das der Inhalt, sei das die Geschichte, die filmischen Aspekte, die technischen Aspekte und so eigentlich auch das Gesamtwerk wirklich beurteilen und auch dann honorieren. Mitmachen darf jeder aus dem In- und Ausland. Es gibt drei Bedingungen. Der Film muss einen Bezug zu unserem Thema Klima haben. Er darf maximal acht Minuten lang sein und muss im Jahr 2020 produziert worden sein. Einsenden kann man ab sofort über die Webseite der Gemeinde Allesheim. Man hat dazu bis am 30. November 2020 Zeit. Absatz 10. November 2020 Zeit. Jürgen Platt